Ich finde, wir kriegen zu wenig Geld für die schlechte Luft hier unten. Naja, eigentlich nicht. Naja, eigentlich nicht. Hey, Nachschub. Was noch? Das ist ja nur noch der Rest. Das heißt gar nichts. Ja, das ist von zu tun. Jay? Wieder nicht. Nee. Zurück. Univer. Ich brauche nur noch drei. Achtung! Achtung! Scheiße, so viel zur Artillerie. Dieses verdammte Arschloch. Ich bring's um. Sorry, schon passiert. Was ist das denn für ein Freak? Egal. Glat machen. Tch, 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 tch. Ich würde einfach sagen, wir verpissen uns einfach ganz schnell. Die Idee finde ich klasse. Wack doch jetzt! Scheiße, was ist das denn? Nächste Frage. Was scheint denn überhaupt nichts zu bringen? Und was? Keine Ahnung, fällt natürlich. Scheiße! Wir müssen uns wirklich was anderes einfallen lassen. Du störst! Oh shit! Oh shit! Was ist mit der Daten? 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 Alles raus! Was ist das denn? Das sind biologische Daten, aber weder menschlich noch... Sieh mal hier, das sind biometrische Skalen, aber einige sind so erhöht und werden trotzdem als normal angezeigt. Hä? Die Daten sind heiß, Mann! Sehr heiß! Ja, vor allem zu heiß für euch! Aber danke für die Hilfe! Ähm, Shade? Das weiß ich nicht! Eigentlich habt ihr ja ganz gute Arbeit geleistet, als meine Ablenkungs-Dummis. Wobei ich gehofft habe, dass ihr 5 Minuten schneller seid. Naja, seid ihr nur Menschen. Was? Fuck off! Was zur Hölle! Der Borde retten! Der Borde! Der Borde! Wir müssen uns beeilen, der Flieger geht in 10 Minuten. Da wir jetzt alleine sind, wie ist dein Name? Axis. Nun, Axis, es scheint, als wären nur noch wir zwei übrig geblieben. Ich möchte gerne eine Spazierfahrt mit dir machen. Und ich garantiere dir, es wird dir nicht gefallen. Möchte ich mir. Ich möchte ein bisschen Besatz nehmen. Also müssen wir mit dem herausziehen. Ich möchte das auch nicht schlafen können. Wo du es von mir hinfügst, warum der nicht schlafen? Jetzt ist mir die nicht so gut. Jetzt ist alles gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020